Ihr sammelt die Toten ein. Ich habe vier Jahre ehrenvoll und tapfer gekämpft, bis ich erkannt habe, dass wir betrogen wurden. Bote Armee wird Hitler-Deutschland besiegen. Doch Stalin streckt uns die Hand aus. Werft eure Waffen weg und kommt zu uns. Wir Russen sind keine Untermenschen, wie man uns eingeredet hat. Sie garantieren ehrenvolle Behandlung, drei Mahlzeiten am Tag und eine Rückkehr zurück mit der Schwestern und Frauen sofort nach Kriegsende. Viel Glück! Viel Glück! Viel Glück!